ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading heute manchmal wieder ein video und nehme euch mit bei meinen live trades die die community von mir kopieren kann die super aktiven leute super aktiven leute bedeutet ihr seid über uns angemeldet habt mindestens 500 dollar eingezahlt beim broker und habt einen mindestumsatz von 100 dollar pro monat also zehn mal zehn dollar trades pro monat oder 20 mal 5 dollar trades also ist locker zu schaffen wenn ihr das habt dann könnt ihr hier teilhaben und mich kopieren ich werde direkt aus dem meter trader hier raus und ja wie gesagt nehmen euch mit die ganze sache läuft über telegramm ihr könnt uns kopieren über telegramm mit der software hier mit telegramm links unserer kanal und rechts ganz rechts oben hier mx2 über die mx2 software könnt ihr mich punktgenau kopieren und dann bei pocket option natürlich dieselben trades machen wie ich ich mache pro tag drei bis vier trades und ja nehmt ein schönes einkommen mit trader wie gesagt direkt aus dem meter trader direkt direkt und versuche mir mal gleich den ersten trade hier raus den ich eventuell machen werde schauen wir mal was man hier schönes haben american express könnte hier ein schöner fünf minuten werden den nehme ich jetzt auch mal auf putt gleich nach unten wie gesagt den hier werde ich gleich putten nach unten nehmen und zwar in neun sekunden für fünf minuten warum tue ich das erzähle ich euch gleich so jetzt jetzt bin ich drin im trade sehen wir auch hier unten direkt live hier auch live und hier unten seht ihr auch das signal angekommen live kai 3 martingale maximum warum bin ich jetzt in den trade rein das können wir ganz einfach sehen wir haben hier einen support resistenz level was hier ist können wir hier sehen hier support resistenz hier support resistenz und hier sehr angeschlagen und will jetzt im moment nicht weiter und ja haben wir haben hier sogar einen schönen abwärts drin wie wir sehen können na da ist zwar hier ein bisschen drüber raus geschossen jetzt aber trotzdem nehme ich den nach unten mit denn wir haben hier einen schönen abwärts trend drinnen sehen wir auch der haupt trend ist schön abwärts und hier ist eben support resistenz level wo er gerade angeschlagen ist darum nach unten diese sachen zu reden wir auch in unsere whatsapp community im trader raum zusammen diese support resistenz ausbruch strategien also ist es immer nice wenn ihr in der community dabei seid hier geht es aber jetzt wie gesagt erst mal um das kopieren wer super aktiv ist in der trader gang kann mich kopieren ich habe hier auch reingeschrieben ihr seht beim signal kai tradet maximum drei martingale bedeutet ich setze maximum drei mal nach wenn es in die die hose gehen sollte habe hier in den fünf minuten trade können auch hier sind von 10 25 bis 10 30 eingesetzt 200 und ja wie lange läuft er noch der busch bis 10 30 das wären noch drei minuten und 15 sekunden ich lasse mal laufen und wir sehen uns kurz vor ablauf des trades wieder so meine lieben freunde wir sehen der trade läuft hier gerade gegen uns aber das ist nicht so schlimm denn wie gesagt wir haben drei martin geschritte eingeplant pro trade und ja schauen jetzt mal wie er weiter verläuft ich habe mir hier auch noch mal eine linie eingezeichnet hier ist noch mal support resistenz linie hier oben schauen wir mal wir haben noch fünf sekunden fünf sekunden war knapp ja und gehe jetzt hier noch mal rein das ist der erste martin geht jetzt noch mal hier rein in dem martin sollte ich den jetzt auch nicht treffen warte ich bis er hier oben anschlägt also hier oben die nächsten fünf minuten wir warten uns hier unten sehen wir auch ist er live drin und ja das ist der erste martin geht schritt für den ersten trade ich würde sagen wir lassen ihn wieder laufen kurz vor ende schalte ich wieder zu so meine lieben leute es scheint so als ob der erste hier wunderbar schön in den gewinn geht mit martin gel 1 also seht ihr hier eingestiegen richtig schön runter martin gel 1 im gewinn wenn man auch gleich hier links sind auf telegram dass der trade im gewinn schön war und er kommt ihr wirklich schön runter habt ihr gesehen wer jetzt nicht runter gekommen hätte ich gewartet bis er hier oben an stößt und dann wäre ich noch mal nach unten gegangen im martin gestatt zwei aber ja da wünsche ich allen schönen gewinn für den diesen mitgenommen haben wir sind ja wir haben hier nur 36 abonnenten drin warum haben wir nur 36 abonnenten drin weil wir eben nur zugang geben zu aktiven leuten super aktiven leuten bedeutet die mindestens 100 ja und wir sind die mindestens 100 umsatz haben im monat also die mindestens 100er traden im monat so der trade 1 ist eingedeckelt und ich würde sagen ich suche mal den nächsten trade für uns so meine freunde der nächste ist city Citigroup den ich mitgenommen habe ja er bricht jetzt oben aus schade da wäre ich wohl den ausbruch dann hier sollte er wirklich ganz ausbrechen nach oben nehmen im ersten martin gel hier war support resistenz linie und ich habe darauf gezielt dass er eben abprallt und noch mal nach unten kommt denn wir haben hier nach oben ein schulter kopf und hier wäre die nächste schulter gewesen nach unten und auf das habe ich gezielt aber schauen wir mal wenn wir sehen aber hier ausbricht nach oben wenn er nach oben ausbricht nämlich natürlich im martin gel 1 nach oben mit wie gesagt hier ist eben schulter kopf schulter von von unten nach oben kommend und ich dachte er zieht jetzt hier schön nach unten und macht dann nach unten weiter wir lassen uns überraschen bei trade 2 ich lasse ihn laufen und ja wir sehen uns gleich wieder meine freunde so meine freunde die letzte minute die ist hier am laufen letzte minute um 41 3 und wir sehen er macht hier anscheinend jetzt wirklich schön die nächste schulter nach unten also trade 2 sollte eigentlich auch schön eingedeckelt sein wir haben noch 30 30 sekunden 33 sekunden für den trade und erscheint hier richtig schön eingedeckelt zu sein trade 2 also auch schönen gewinnen so wie es ausschaut im moment wir haben noch ja 15 sekunden dürfte eigentlich nichts mehr passieren in den 15 sekunden und unsere schulter kopf schulter formation also die zweite schulter nach unten traden hat hingehauen hat wirklich wunderbar hingehauen wir haben noch fünf sekunden 4 3 2 1 und alles in butter seht ihr alles in butter jetzt können wir mal schauen schulter kopf schulter was ich meine hier ich zeige es euch mal schulter kopf schulter ist ganz einfach dieses hier von unten nach oben kommt erste schulter dann der kopf und zweite schulter und die zweite schulter haben wir nach unten genommen und er sollte dann hier eigentlich auch wenn er jetzt hier dann ist ungefähr in der richtung schön auch weiterhin nach unten ausbrechen wenn es nach schulter kopf schulter geht und es scheint schön schulter kopf schulter zu gehen wir haben natürlich auch ein ebook für euch wo die ganzen formationen drin sind seht ihr hier schulter kopf schulter auf deutsch und sehen wir genau abgebildet und wo ja auch steht von einem aufwärts drin muss nach oben kommen nach unten nach oben nach unten nach oben und ich hab's dann hier mit nach unten genommen also ebook bekommt ihr auch von uns wenn ihr in der trader gang seid ihr habt gesehen so schaut die ganze geschichte aus wenn ich trader das waren jetzt zwei trades für das video ist es erstmal genug schulter kopf schulter formation ihr seht ich trage das was ich euch auch erzählen in meinen videos was ich auch in den live sessions macht was wir im trader room traden ausbruch formationen ebook bekommt ihr natürlich und das schmatz saal hier ist eben ihr könnt mich kopieren können mich kopieren auf telegramm wir sind jetzt einen monat ungefähr ein bisschen was über einen monat und wirklich eine mörder geile quote da würde ich sagen wenn ihr in die trader gehen wollt ihr kommt dann in die größte whatsapp trader gang im deutschsprachigen raum dann müsst ihr ganz einfach über uns euch registrieren bei pocket option hier unten links seht der pocket option und mindestens 500 dollar dann einzahlen wenn ihr das gemacht habt ihr sendet mir eure trader id findet ihr wenn ihr auf eurer profil foto klickt und ich schalte euch dann frei für die whatsapp trader gang und natürlich auch für den vip room hier wo ihr mich kopieren könnt über die mx2 trading software mx2 ist ganz einfach einmal eingestellt angeschalten und laufen lassen und wenn ich trade wenn die trades automatisch übernommen bei euch bei euch bei pocket option ja dann würde ich sagen erstmal happy trading alle links unterhalb des videos in der beschreibung auch mein whatsapp link also wenn ihr mir dann die trader id sendet sendet die mir per whatsapp und anmelde link für pocket option in der beschreibung meldet euch an zahlt 500 dollar mindestens ein schreibt mir auf whatsapp und dann kann es losgehen kopiert ihr meine trades und ja werdet auch schön hoffentlich im plus landen also der letzte monat war mega quote mega er bricht jetzt hier aus schaut mal jetzt bricht er hier aus er bricht nach oben aus mhm den werde ich jetzt zwar nicht mehr mitnehmen aber könnte man jetzt nach oben im nächsten trade mitnehmen ähm dann würde ich sagen ja das war es mit dem video happy trading meine freunde wir sehen uns im nächsten video wie gesagt gibt mir den daumen nach oben gibt mir den kommentar ganz wichtig ich freue mich über daumen nach oben und kommentare und abonniert mich drückt den abo button wenn ihr mehr von mir sehen wollt und alle links eben im unter dem video in der beschreibung im ersten kommentar schreibt mir per whatsapp balabum balabang happy trading wir sehen uns im nächsten video bei meine freunde bei 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 Bis zum nächsten Mal.